Hallihallo und herzlich willkommen hier zu Letzt Langeweile Mario Kart Wii, den ersten Part der zensierten Version. Ja, jetzt habe ich endlich mal den ersten Part fertiggestellt mit dem wunderschönen Piep. Bei den bösen Worten, die ich so rausgeschnitten habe, das haben sich ja die Leute in der Gruppe, mit denen ich ja gefahren bin, ja gewünscht. Also wie gesagt, den ersten Part habe ich jetzt fertig. Die anderen Parts sind auch schon in Arbeit. Aber das wird wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, weil das ist ziemlich aufwendig. Deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn das noch ein bisschen dauert. Am wenigsten, dieser Part ist jetzt erstmal fertig. Da könnt ihr euch jetzt dran ergötzen. Das beinhaltet jetzt erstmal nur die Aufwärmerunde, die wir kurz vor dem eigentlichen Letzt Langeweile gemacht haben. Aber da musste auch schon allerhand rausgeschnitten werden, also das hat auch schon Arbeit gemacht. Wie gesagt, also der erste Ball ist jetzt oben. Die weiteren drei werden folgen. Wird aber eben noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, bei euch kommt das sehr gut an, diese zensierte Version des Letzt Langeweilers. Also den Leuten, die ich es damals gezeigt habe, die fanden das schon klasse. Und ich hoffe, dass ihr es auch toll findet. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim 1000-Abo-Special Letzt Langeweile Mario Kart Part 1, die zensierte Version. Viel Spaß. Ist Maxi schon dabei? Ja, ja. Er ist noch nicht in der Konfi. Schreibe ich an. Warum ist er nicht in der Konfi? Keine Ahnung. Spending ist voll. Wo ist denn der? Gesundheit. 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 Nein, du ist aber gut. Hey, wo ist Maxi? Was macht, wenn ich loslege? Wofür haben wir den Gast? Schufällig. Oh, ist hier schon los? Jo. Aber allerdings nicht mit der Aufnahme. Es ist nur warm fahren. Du hättest ja zuhören können. Achso. Pst, ehrlich, du sagst doch sowas nicht. Oh, Leon. Was machst du denn? Ich kann es halt. Ja, ja. Kannst du... Ich glaube, ich kann es nicht sein. Ich hab doch gesagt... Warum Bergland, Leo. Gebt ihm Strafpunkte. Er hat eine Strecke gewählt. 50.000. Ja, müssen wir noch mitgeben. Für jeden Strafpunkt. Enrico, und für jeden Straf... Er hat hier einen Euro. Oh je. Da wird er mal arm. Und für jeden Schreianfall, den er hatte, kriegt er auch nochmal 100 Strafpunkte. Dann ist er ob da... Ja, genau. Das sind die ganze Strafpunkte. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Wer mehr will. Nein. Kein Item. Ich glaube, ohne Dennis ist das Ganze ein bisschen ausgeglichener. Oh, Etienne ist hinter mir. Jetzt habe ich Angst. Etienne ist vor mir. Na warte. Du Schlepp. Hey, P***er. Wee. P***er. Ich muss mal wieder ohne Item... Ui, wo kommt der denn her? Ich muss mal wieder ohne Item auskommen. P***er. Du warst nie. Wie ist das Erster? Waa? Jawoll. P***er. P***er. Nein, dann rieche ich mal klar hinter dir mit der Wolke. 些f fianne much Ich bin davon... Ich bin dafür... das nächste Mal wird nicht mehr von dem blauen Panzer gewarnt. doch eigentlich witziger das macht es spannender gar nicht doch ich dachte jetzt ist das erster das wussten alle bescheid genau sorry leon ohne habe ich gar nicht erwischt man ich krieg hier nur drei rote immer was ja klar 1 nach dem anderen leon wo fährst du du bist in mich reingefahren du warst bei mir meilen weit weg so ich hände es vorne das gefällt mir nicht ja genau weil ich doch sowieso weil ich bekomme die nette du bist ja nicht in meinem team ich auch nicht aber ich habe das war der erste ich weiß es ja komm 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 das mit der leone Das Bild ist auch wieder gut. So, und weil die Strecke ja so beliebt ist, nehm ich sie mal wieder. Juhu, Lütis Piste! Juhuuu! Sehne... 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 Oh ja... Super, jetzt hab ich Regenbogen wohl, er war mit dem Kart-Fahr. Hahaha... Alter... Ach stimmt, weil du ja mit Mario im Kart fährst. Ey, den Regenbogen gibt's dir nicht! Schau Leon! Das war'n Leon, oder? Oh yeah! Hä? Was? What the fuck? Auf meinem Bildschirm hast du dich grad rumpelt, weil ich geh. Der rote Drift ist einfach nicht geil! Siko! Siko! Wow! Jawoll! Siko! Was ist denn Foxy? Das war's! Das war's! Siko! Siko! Foxy, was ist denn los? Siko! Ich bin gleich gern! Wie ich auf dieser Schreck immer nur Speed-Einwalt kriege, ey! Huiiii! Warte f***! Du fühlst mit der Zeit, dass... Michael ist gerade der Zentrum. Es ist aber der Bombe mich! Nein! Nein! Klennert, was machst du? B**** Was? War das mal ne blaue... Rochelle? Ja! Bitteschön! Wer ist denn der Mario auf zwei? Ich! Ah! Nein! Maxim, Klennert! Danny! Ganz dünnes Eis! Nein, 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 nein! Ich geh in Abgrund! Ich hab vergessen, dass du dich weiter zurückfahren kannst! Nein! Ist mir gut! B**** 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 Der kommt übrigens von mir! B**** Aber ich hab richtig guten Vorsprung! Ne, Lennart, hier gibt's keine Einsprung mehr! Hier ist... Hier ist... Totale Action! Drei Haarung! Juii! Glaub ich hab jemand überrundet, oder? Ja! Das war mein... A3 hier! Achso, der fährt rückwärts! Nein, ich fahr rückwärts! Foxy, du... B**** Dann machst du das, den ich überrundet hab! Japp! Du flammelst! Man kann nicht die Kanone rückwärts! Ne, das geht nicht! Wer ist denn auf dem ersten? Deswegen fahr ich immer wieder mit dem Ziel und dann zurück! Was soll die Frage? Echt? Echt? Fritz! Was denn da... Alter! Ey, da habe ich später einfach zum Freil! Wenn mich Schleid jetzt noch erwischen würde, ey! Boah, ich hab mich mit dein eigenen Rosen abgeschossen! Leute? Ja? Was denn? Erdreko ein Geschenk für dich! Mann ist rein! Ah, getroffen! Nicht getroffen, der Blitz! Genau deswegen! Danke, Foxy! Oh, der war so hammergeil! Jui! Warum kann ich mal runter? Weil das *** freck ist! Das macht keinen Sinn! Alter, was soll ich... Das war das ernstiges... Ler, Maxi! Ich leide die Autor! Oh mein Gott! Ja, Nenner! Nein! Leon! Hat er nicht mal gekriegt? Nein, hat er nicht! Nenner, willkommen in der Gruppe! Ich würd jetzt lachen, wenn er dich doch noch erwischt hat! Danke. Geil. Leon, ist noch alles gut zwischen uns so? Nein. Etienne, warum hast du so viel geübt? Nein, Jenny, die ist von mir. Ich war jetzt, wo ich geübt hab, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ja, aber ich... Ja, Lena, das ist bei dir. Das ist halt jetzt super schlecht. Oh, ich brauch mal nen Tag Einspielung, ey. Oh, Mann. Oh, das war lustig. Ich bin mal ins Ziel gekommen bei der ***. Ja! Aber nur weil Foxy rückwärts gefahren ist. Oh! Jawoll! Finde ich gut. Ja, Mann. Jetzt kommt die geile Strecke. Ja! Ja! Wuh! 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 Pepp, pepp, pepp! Oh, ja. Super. Wuh! 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 Ich vermassel mal den Start. Ist das nicht toll? Ja, immer. Wuh! 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 Der war gerade hinter mir, ey! Ich geh! Wuh! Jawoll! Wuh! 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 Wer ist erster? Nein! Nein! Ha! Enrico! Das war ich, Riko! Jetzt komm ich! Immer wieder gern! Kommst du? Nein, Leon! Oh, Alter! Oh, Alter! Denk doch alle mal hinten, Alter! Riko, bist du schlecht? Na, warte! Hier! Nein! Tschüss! Ich mag dich! Ich mag dich! Spiel nicht hier lernen! Nein! Nicht da vorne! Komm! Nein, Maxi! Du gehörst nicht aus den Ersten! Ritter! Boah, Maxi, regt mich nicht auf! Regt mich nicht auf! Wo geht es jetzt, Mensch? Oh, mein... Alter! Alter! Oh, weia! Geil! Alter! MMMMMM! Maxi ist so... Da feuert der einen Blitzer, wo ich grad ein Item aufgesammelt hab, ey! Natürlich, Enrico! Ich hab's doch gesagt, ich heb alles für dich auf! Ja, schön für dich! Ich heb auch alles für dich auf! Oh, das war aber nett für'n... Ja, Enrico! Ich hab dir auch die blauen Schatten aufgehoben für dich! Nein, das war's nicht, du! Warum die ne Strecke, Enrico? Weiß ich gar nicht! Jawoll, Foxy! Du weißt, was ich will! Wehe! Wehe! Das war's ja... In der Welt! Foxy, High Five! Spongebob! Oh! Ey, mit dieser Sche***! Oh, ist das herrlich! Aber um noch besser als... Ja, das stimmt! Ja, das stimmt! Ich schmeiß mich weg! Na, gu- Fahrt mal! Ich hab' nicht mal ein bisschen Quotron! Oh, Krabbe! Und der Krabepizza! Wir sind hier zusammen! Wow! Verdammt! Das war knapp, ey! Verdammt! Verdammt! Verdammt doch mal! Du warst, wo man eigentlich ist hier und nicht Jenny! Verdammte Axt! Frühs! Ah, Baublock! Ja, ey! Wir sind hier und schreit! 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 Da hab ich grade so gesehen! Nein! Da kommt ne rote! Komplettig an! Gott sei dank! Abgebährt! Krabbe! Boxy! Hahahaha! Haihaha! H represented! Hahahaha! Henga! Ich find' mehr und mehr gefallen an der Strecke! Boxy! Nein, das ist der falsche Nein, mach es selbst 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 Nein Proxy Krabben, Krabben Gampi Proxy Boah, war das eng, Alter Kleiner Proxy Wenn ich es in die Finger kriege Ich werde es bald Endlich in die Hat da jemand so viel Bad Mario geguckt? Das ist mir du alt Ah, ich habe Leon da rüber Boah, Alter Boah, Mann Gut, ich hoffe Der Leon ist halt so Oh wei So, ich glaube Dann fangen wir langsam mal an Das war's Lennart, ich habe dir doch schon vorgewarnt Dass hier einige Leute sind Die ziemlich brüllen können Ich merke Was, okay Ich habe euch ja Mit Berendiert Vielen Dank.